Wer pflanzt auf? Wie sieht die einzige Wache hier? Jawohl, Herr Hauptmann, aber... Interspringen Sie nicht. Beantworten Sie meine Fragen. Sie haben noch mein Kommando, verstanden? Ich gebe Fehler, Herr Hauptmann. Hat das Rad aus dem Vordergrund und dem Hinter noch einen dritten Ausgang? Nein, Herr Hauptmann. Gut. Zwei Mann zum Hauptportal, einer innen, einer außen. Ein Mann besetzt das Rückportal.